Ich schäme mich, über meine Erektionsprobleme zu sprechen, erzählte mir doch letztlich mal ein 30-jähriger junger Mann. Nennen wir ihn doch einfach mal Klaus. Klaus steht sonst gut da im Leben, er hat studiert und hat auch wirklich einen ordentlichen Job und sieht sonst auch gar nicht so schlecht aus. Bis zu seiner Trennung von seiner langjährigen Partnerin vor etwa drei Monaten hatte Klaus auch wirklich nie Probleme mit seinem Penis. Als er dann vor etwa drei Monaten seine neue Traumfrau kennenlernte, hatte er auch wirklich ein bis zwei Monate in etwa beschwerdefreien Sex. Für ihn war es in dieser Zeit der beste Sex, den er je hatte. Doch dann kam die große Wende. An einem Tag, als er mit seiner neuen Flamme Sex machen wollte, stand er doch plötzlich so stark unter Druck, dass er so dolle Angst bekam, dass die Erektion nicht hochkam. Das war exakt der Tag, an dem die Beziehung auch einen neuen Tiefe erreicht hat sozusagen. Und von diesem Zeitpunkt an hat er sich ständig Gedanken darüber machen müssen, was denn mit ihm nicht stimme und wieso das bei ihm passiert ist. Klaus schämte sich doch so sehr, mit jemandem darüber zu sprechen. Er traute sich einfach nicht, jemanden zu öffnen mit seiner neuen Partnerin, konnte er natürlich auch nicht darüber sprechen. Die Scham, über dieses männliche Problem zu sprechen, war einfach zu groß in ihm. Und dann kam es, wie es kommen musste. Es folgten immer mehr Momente, in denen Klaus sich unnötig unter Druck setzte und die Erektion dann versagte. Denn Klaus wünschte sich natürlich nichts sehnlicher, als endlich wieder erfüllten Sex mit einer wirklich glücklichen Beziehung. Und eine Beziehung, eine Zukunft mit seiner neuen Traumfrau aufbauen zu kommen. Er wünscht sich nichts lieber, dass seine quälenden Gedanken, dass der innere Druck, der Tag und Tag ihn beschäftigt, ihn verfolgt, dass er diesen los wird und eben die Versagensängste dann endlich mal wieder über Bord werfen kann. Doch es holt ihn leider immer wieder ein. Seine Traumfrau ist natürlich inzwischen ebenso total verunsichert. Sie fragt sich natürlich auch, was sie denn falsch mache. Liegt es denn an ihr? Bin ich nicht hübsch genug, sagt sie. Und wieso hat Klaus immer wieder Erektionsprobleme? Dann hat er natürlich das gemacht, was viele Männer gerne machen bei diesem Problem. Sie sehen eine Werbeanzeige eines Herstellers für Potenzmittel und das hat auch Klaus gesehen. Klaus dachte sich dann natürlich, oh, klasse, das ist jetzt endlich meine Lösung. Ich brauche mit niemandem darüber reden, mit meinen seelischen Zusammenhängen. Ich schlucke einfach die Pille, Penis kommt hoch und alles ist in Ordnung. Das kann doch jedes Kind. Er bestellte sich die Potenzmittel und Klaus fühlte sich natürlich dann gut gerüstet für sicheren Sex mit seiner Partnerin. Doch die Angst im Nacken, die blieb. Kurz bevor er sich dann mit ihr treffen wollte, packte er die Pillen aus und sah sich den Beipackzettel an. Die Liste der Nebenwirkungen ließ ihn dann schon wirklich blau anlaufen. Klaus hatte große Hoffnung in die Medikamente gesetzt, doch er wurde derbe enttäuscht. Die Potenzmittel haben zwar eine leichte Erektion erzeugt, doch seine negativen Gedanken, sein innerer Druck ist trotzdem geblieben. Auch mit den Potenzmitteln waren die belastenden Gedanken da. Das führte natürlich dazu, dass der Penis erst ein bisschen hochkam und dann wieder versagte. Ganz nebenbei noch die Nebenwirkungen der Potenzmittel, die ihn wirklich körperlich über Tage fertig gemacht haben. Letztendlich nahm er sich die Pillen, zack, im Mülleimer damit und war tiefer im Problem wie zuvor. Er war wirklich in einem tiefen, tiefen Loch und wusste nicht, wie er da herauskommen wollte. Denn er hatte sehr, sehr große Angst, dass die Beziehung zu seiner Partnerin wirklich scheitert, dass die damit in Verbindung stehenden Lebenspläne auf der Kippe stehen. Dann suchte er im Internet auf der Lösung, ja auf der Suche nach einer Lösung für sein Problem fand er mein Angebot. Nach etwas Recherche mit meinen Inhalten, ja dort fand er sich wieder. In meinen Videos, in meinen Texten, die ich dort geschrieben habe, in meinen Kundenrezessionen, fand Klaus sich wieder und fasste allen Mut zusammen und buchte sich ein Settinggespräch bei mir und meinem Team. Er fühlte sich dann wirklich verstanden, gut abgeholt, buchte meine Beratung und wurde zufriedener und glücklicher Kunde. Während des Couchings fand Klaus sein Selbstbewusst wieder. Vor allem jedoch fand er den Zugang zu sich selbst und zu seinem eigenen Körper, wodurch er es natürlich schaffte, sein Denken, Handeln und Fühlen wieder in Übereinstimmung zu bringen. Und aus dieser Grundhaltung heraus schaffte es Klaus natürlich wieder, eine natürliche, harte Erektion zu bekommen, die dann für den Geschlechtsverkehr ausreicht und über eine gewisse Zeit auch anhält. Seine Erektionsprobleme waren dann passé. Klaus und seine Traumfrau führen inzwischen ein sehr glückliches Leben. Sie sind sogar zusammengezogen, können den Sex genießen, führen eine gute Sexualität und fühlen sich beide wohl, glücklich und gesund miteinander. Das wirkt sich natürlich auch auf alle anderen Lebensbereiche auf, aus dem Beruf, auf die Familie und so weiter und so fort. Und vielleicht geht es auch dir, dass du in einer ähnlichen Situation wie Klaus steckst und nicht weißt, wie du aus diesem Dilemma herauskommen kannst. Dann warte nicht länger mit der Kontaktaufnahme, sondern handle wirklich jetzt sofort. Merke dir einfach auch, es macht bei Erektionsstörungen, die seelisch bedingt sind, und das sind 80% der Erektionsstörungen, kein Sinn, irgendwelche Potenzmittel zu schlucken. Jedes Medikament überstülpt Symptome, löst aber nie die seelischen Probleme, die dahinterstehen. Lösen nie den Stress, der damit in Verbindung steht. Und bei Klaus waren es vor allem Schamgefühle, die ihn davon abhielten, sein Problem zu lösen, aus dieser Isolation herauszukommen. Vielleicht stehst du auch gerade an diesem Punkt, dich jemandem zu öffnen, jemandem anzuvertrauen, der sich professionell damit auseinandersetzt, tagtäglich nichts anderes macht. Und wenn vielleicht du etwas dagegen unternehmen möchtest, deine Probleme in den Griff zu bekommen, dann triff jetzt die Entscheidung, buche dir sogar jetzt sofort einen Termin, damit wir daran arbeiten können, um deine Traumfrau zu erobern oder deine Beziehung zu retten oder dich einfach wieder mehr und mehr mit dir selbst in Verbindung zu bringen, sodass du aus deinem Körper heraus wirklich das Liebesleben lebst, das dir zusteht und wofür du letztendlich auch auf dieser Welt hier bist. Ich freue mich auf dich, buche dir hier unterhalb des Videos einen begehrten freien Termin, sprich mit mir oder meinem Team, wir gehen das Thema an. Ich freue mich auf dich, bis dahin, dein Nils.